Willkommen zurück zu Warrior Soldier 3 Ultimate Ich meine, wenn Warrior's Orgy 4 51 Schlachten hat und das hier 60 DLC Missionen sind, ja dann, ne, könnt ihr mal ungefähr sehen, wie lang das jetzt hier ist. Also ein DLC, der sich wirklich zu kaufen lohnt. Nicht noch viele Schlachten, sondern Soundtracks und und und. Also da brauche ich wirklich keinen Cent. Aber die Schlachten schauen wir uns gleich an. Erstmal reden wir mit Luigi. Katsui, ist there no way that we can return to the world we came from? If you wish you will see, I will find us a way. You are as dependable as they come, Katsui. I am sure you will get to the bottom of this. Tja, die fühlt sich scheinbar unwohl in dieser Welt. I understand why you have such a strong fighting spirit. You never worry about the little things. Right, Joshi. You must barely slay the enemies that lie before you. I know we must stop this destruction. Whatever needs to be done. I will make sure I carry it out. 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 I will das eh bald verlassen. Okay. Schauen wir uns das mal an. Also. Es ist wirklich richtig, richtig viel Content. Da sind einmal hier diese. Dann kommt hier ähm nochmal Nachschub. Das ist noch mehr sogar. Und hier ein bisschen was. Und am Ende noch ein bisschen was. Es sind teilweise Troll-Missionen. Es sind teilweise richtig geile Missionen. Wie zum Beispiel hier. Mit Koshi Castle wieder. Demons versus Mystics. Finde ich persönlich richtig episch. Und ja. Heute geht's los mit einer Troll-Mission. In Vino Veritas. Keep an eye on the revealers. Revelers. And punish those who allow the excitement to lead them astray. Ja. Wir haben ein Säufer-Team. Ich habe das so ein bisschen perfektioniert. Ich weiß schon Sengoku Bazaar, dass Hiroshima auch ein kleiner Säufer ist. Und Sakon. Naja. Ich weiß nicht. Sakon ist jetzt nicht so der Säufer. Man hätte auch noch Gugia nehmen können. Wobei der liebt es eher so Wein zu genießen. Der trinkt jetzt nicht drei Flaschen Wein hintereinander aus. Deswegen Yoshi Hiroshima. Legen wir mal los. In Vino Veritas. Die erste DLC-Mission. Kriegt man glaube ich bei DLC Pack 1 dann auch direkt. Die DLC-Mission. Ihr seht schon, die Schwierigkeitsgrad sind hoch angesetzt. Das ist aber eine der leichtsten. Die Nanjong geht auch noch. Und dann geht es dann relativ schnell mit vollen Schwierigkeitsgrad los. Hier bereits gegen Ende. Und es zieht sich da auch bis zu Ende so. Ja meistens komplett volle Schwierigkeit. Bisschen schade ist keine Background-Story. Da wird nichts erzählt. Kein History-Teller. Das ist ein bisschen schade, aber so ist es nun mal. Earth Splatter X. Da passt alles. Super. Das kann man alles akzeptieren. Super. Wir gewinnen, wenn wir den Bereich ausgekundschaftet haben. Guanyu und Zhang Bao dürfen nicht sterben. Alles klar. Keine Gegner in Sichtweite. Auch sehr, sehr merkwürdig. Das passt schon. In der Soundtrack. Troll, Schlacht, Troll, Soundtrack. So, kommen wir zurück zu Anigawa. Tetumori ist drunk. Okay. Tetumori, Mori. Weißt du, was es bedeutet. Und tschüss, man. Leg dich lieber nicht mit Yoshio Shimasu an. Solange es nicht Toyo Isashimasu ist. Ja, Ochi4 ist mittlerweile jetzt draußen, wo ich das aufnehme. Habe ich schon gestreamt, drei Teile hintereinander. Ich muss sagen, richtig geiles Spiel. Es hat wirklich nicht enttäuscht. Ich war ja super skeptisch gegenüber Ochi3. Ochi4 meine ich. Und das hat sich total gelegt. Es ist einfach super. Es macht nicht nur Spaß. Es bringt ein bisschen frische Wind rein. Und versaut trotzdem nicht das Gameplay. Richtig gutes Spiel. Absolut empfehlenswert. Sobald ich da alles habe, wird natürlich auch noch ein Let's Play dazu kommen. Und ich glaube tatsächlich, ich werde alles haben, wenn das Spiel zu Ende ist. Bedeutet, nach Ochi3 kommt Ochi4. 100% Let's Play. Weil Ochi3 geht noch so lange. Bis dahin habe ich auf jeden Fall Ochi4 fertig. Na, Ochi4 machen wir mal ein bisschen Hyrule Warriors. Soviel zu diesem Thema. Gut. Oh Gott. Sind die alle drunk, ey. Sind die alle drunk, ey. Seht, da gehen die uns alle. Bonjour. Dafür wirst du zahlen. Das ist ja nicht Trunkenbold Nummer 1. Er hat ja auch hier eine kleine Flasche, wo auch Alkohol drin ist. Deswegen ist das einfach das Beste. Also, Jeng Fae. Von Dice to Ice 4. Oh, Fast One Hit. Geil. Läuft bei mir. Und das ist auf Chaos. Jeng Fae. Den sollte man sich lieber nicht anlegen. Vor allem nicht, wenn es um Alkohol geht. Gott, diese Verräter. Das gibt's doch nicht. Hört auf zu trinken. Dann könnt ihr mal sehen, was der Alkohol mit euch anstellt. Wissen nicht mehr, wer zu einem gehört. Der Verbündelte ist und wer Gegner ist. Und völlig den Verstand verloren. Jeng Fae, die Saufnasen Nummer 1 muss jetzt hier panischen, oder was? Jetzt sehe ich gerade das beste Vorbild, aber egal. Shuten Doji. Der läuft auch noch rum mit einer Weinflasche, oder sowas. Auch kein Vorbild. Bisschen Feuersprung. Los geht's. Panjun ist besiegt. Was, selbst Kenshin hat uns hintergangen? Laber nicht. Was zum Geier. Als ob. Buongjong und Kenshin Yusugi. Oh nein. Echt jetzt? Boah. Vor euch ist es am wenigsten erwartet. Boah, er ist Old Man langsam senil geworden. Buongjong. Würde ich mal hinterfragen. Booosh reducer, movemo certeza. Buongjong. Das war es noch nicht. Hidein und Toyo Isashimazu. Yoloh Isashimazu. und auch sie angreift sie an und oh mein gott jetzt eskaliert komplett die ekstase beginnt ja zum glück waren die gegner nicht so viel schaden zum glück war ich sage liebst wenn ich groß bin oder einfach zu schlau es gibt hier ein ordentliche vier sogar der fähigkeit supergiant wenn ich die gewisse killanzahl macht dann wird man zu so einen giganten sein war es perfekt für schon doji ist hier eigentlich auch schade mit dem us zu ganz nett dafür gibt es multi zum beispiel nicht mehr multi fand ich eigentlich immer richtig geil die doppelgängern einmal stampfen die stammwarteik konnte jeng fei scheu da ist wohl seins lustigerweise so jolo isa schimasus mal wieder einfach eingelaufen wie vollidiot natürlich direkt besiegt niemand mag ihn niemand ist da ist das spiel bei 4 du bist auch noch eine lektion so aber eine kopfluss zu geben und weg ist da was machen die denn jetzt hier letzten endes waren wir glaube ich diejenigen die betrunken waren oder uns wird das alles in die schule geschoben ist auch immer sehr achtsam darauf dass shank fain nicht zu viel trinkt na gucken was sie zu sagen hat natürlich kein dings mehr da kein truppel muss ihn als besiegt sie ist wir sind diejenigen die getrunken haben oh mein gott wir waren letzten endes die verrückten säufer oh mein gott war aber irgendwie klar vor allen dingen hier ist die homo ist dingsbums das fällt mir jetzt auf diese kugeln ist doch die waffe die kino hat wir haben alle angegriffen weil wir besoffen waren ich sag jetzt die übelste täuschler voll lustig voll die gute waffe zwei mal snowman brauchen wir nicht aber das war lustig oder man hat die ganze zeit gedacht ja die gegner sind bestimmt besoffen greife einen jetzt an er hat überhaupt nichts mehr gemerkt so dicht war also trink nicht zu viel liebe leute ach wie ehrlich ey in vino veritas im wein liegt die wahrheit hieß das einfach mal da fehlen dahin die worte das brauchen wir nicht brauchen wir auch nicht oh man das sind jetzt wieder für waffen by the way ähm in orgy 4 gibt es nur drei verschiedene waffen skins das ist richtig bad deswegen können wir koi dankbar sein dass es jetzt so viele verschiedene waffen gibt und das ist wirklich geil das ist einfach mal wieder so ein grund warum dieses spiel besser ist ja dieses spiel ist besser als various og4 das habe ich ja von vornherein vermut gehabt und es lag auf amt das ultimate hier ist ich würde nicht sagen dass ja also das normale og3 ist ungefähr genauso gut wie og4 oh ja die ultimate versie was auf jeden Fall besser eben gesoffen und jetzt wird weiter gesoffen läuft bei jake fei ich bin surprised to be here i have never expected to find myself interacting with other people i am ready to party like it's going out of style come on drink up and join me for love forgive me if i do not like i have a good time trying my best to enjoy myself das ist schön jinsai sehr sehr schön okay das camp ist full aber so richtig full haben wir viel zu labern im nächsten part ähm nächstes part werden wir dann ninjas united machen da geht es um joshizu no minuto konnichi und hanzo toby weil ich joshizu nicht mitnehmen werde weil er kein ninja ist ich werde einen anderen ninja suchen wahrscheinlich rio e abu so also leute daumen hoch falls es gefallen hat falls nicht könnt das video gerne favorisieren ansonsten sehen wir uns in der nächsten mal bis dann und ciao und ciao und 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 den